Hallo und herzlich willkommen zu dieser speziellen fahrradkanal video in dem ich euch zeigen möchte wie ihr euch helfen könnt unterwegs um nicht unbedingt immer einen original akku verwenden zu müssen ja in meinem fall ist das der bosch classic plus akku den seht ihr am oberen bildrand und rechts daneben habe ich euch mal die komponenten hingelegt das ist ein akku mit 42 volt das ist der grüne und der blaue das ist nochmal ein 4,2 volt auch um die 9 bis 10 ampere akku um auf eine gesamtspannung von 46,2 volt zu kommen ja links daneben das weiße kästchen mit dem schwarzen einbaumodul das ist ein step down konverter also im grunde genommen nichts anderes als ein ein regelgerät was die eingangsspannung also eine höhere eingangsspannung nach unten hin stufenlos regeln kann also in dem fall von 46,2 volt auf die gewünschte ladespannung von 42 volt ja in der nächsten videoeinstellung werde ich euch zeigen wie viel der original akku wiegt und wie viel die beiden komponenten beziehungsweise der akkupack also der grüne und der blaue plus diesem kleinen kästchen wiegt und da werdet ihr dann schon feststellen das ist schon ein deutlicher unterschied so hier ist jetzt der akku auf der waage und ihr seht oben eingeblendet dieser bosch classic plus akku wiegt 2,5 kilo ja leider geht die waage immer nach einer bestimmten zeit von alleine aus solange keine bewegung stattfindet auf der waage so und in der nächsten einstellung zeige ich euch wie viel die anderen ersatz akku komponenten wiegen ja hier jetzt die ersatz akku komponenten ihr seht der grüne und der blaue akku plus diesem kleinen kästchen wiegen zusammen 2,1 kilo ja die waage ist schon wieder ausgegangen ja das sind also 0,4 kilogramm gewicht die man einspart das dürfte dann so in etwa das sein was die die ganze schwarze ummantelung also das gehäuse des original bosch akkus ungefähr wiegt wobei man hier sagen muss gut der kleine blaue akku den ich hier oben mit grauem klebeband festgemacht habe wiegt ja auch nochmal extra was und dieser ist ja im original in dem bosch akku so nicht mit drin weil das bosch akkusystem so ausgelegt ist dass 42 volt maximale lade schlussspannung entsprechend ausgelegt ist so ihr seht jetzt im bild den akku angeschlossen an den ersatz akku über das step down modul ja im moment ich habe den akku angeschaltet so dass man jetzt hier unten in dem kleinen display hier oben die die la die ausgangsspannung des akkus sehen kann also leider habe ich den akku schon voll gemacht ähm vergangener tage äh weil ich das ganze hier schon getestet habe und ähm ja ähm zum guten schluss habe ich ihn noch an das original ähm bosch ladenetzgerät angeschlossen und ihr seht dass das hier der akku jetzt 41,78 volt hat ich kann euch das mal zeigen so jetzt geht die spannung runter auf 0 volt wenn ich den stecker hier ziehe jetzt muss ich das nochmal einstecken so und ich versuche jetzt mal ranzuzoomen damit ihr dann mal sehen könnt in dem display ja jetzt klappt es so damit ihr auch sehen könnt in etwa ja ist ein bisschen schwierig bisschen tricky damit ihr sehen könnt wenn ich den akku jetzt hier einschalte dann gehen die ladebalken an und ihr seht hier unten dass dann 41,78 volt angezeigt werden so nun habe ich hier in dem in dem step down modul schon bereits voreingestellt hier oben kann man es vielleicht sehen vielleicht mache ich nachher noch mal eine nahaufnahme 42 volt möchte ich gerne am ausgang haben und im eingang hier unten habe ich jetzt 45,53 volt und zwar von diesen beiden akkus zusammen wie gesagt der grüne hier hat 42 volt ladeschluss spannung und dieser hier hat 4,2 volt um eine höhere eingangsspannung in diesem modul in dem step down modul zu erreichen das ist halt notwendig sonst bekommt man die 42 volt hier am ausgang beziehungsweise hier am ausgang für den akku nicht eingeregelt man muss also mit einer höheren eingangsspannung reingehen um 42 volt auch auf dauer hier raus zu bekommen damit der akku voll werden kann dieser bosch akku ja jetzt werde ich das mal starten und ich hoffe ihr seht dann auch hier unten im display werdet ihr dann sehen dass die ampere und die watt anzeige hoch gehen wird und ihr werdet auch sehen dass der bosch akku noch blinkt weil wie gesagt die original ladeschluss spannung bei den lithium ion akkus liegt bei 42 volt so jetzt habe ich den eingeschaltet und ihr seht hier die grüne anzeige zeigt jetzt 42 volt am ausgang hier an zum akku also hier liegen jetzt an und ja er blinkt jetzt nicht mehr weil die ladeschluss spannung bereits erreicht ist funktioniert aber einwandfrei kann ich euch mal werde ich vielleicht dann noch mal ein video nachfügen wenn ich den akku mal wieder am fahrrad leer gefahren habe und hier zu hause laden werde ja das war eigentlich das was ich euch zeigen wollte jetzt mache ich noch die nahe aufnahme von da unten von dem modul damit ihr das auch sehen könnt ich hoffe die scharfeinstellung reicht jetzt ja so ihr könnt jetzt also hier oben sehen hier oben kann ich die eingangsspannung beziehungsweise die ausgangsspannung zum akku einstellen die ist auf 42 volt eingestellt und ich kann auch die den ladestrom einstellen in meinem fall habe ich hier jetzt 3,3 ampere eingestellt das ist so ein mittelmaß der original bosch akku ladegerät das liefert ja im normal modus 2 ampere und im turbo modus 4 ampere also ich habe jetzt hier so einen kleinen kompromiss gemacht damit man auch in einer stunde den akku ja zumindest schon mal gut gefüllt wieder hat ja und hier unten sieht man wie gesagt die eingangsspannung das ist das was hier von dem akku eingespeist wird von 45,7 9 volt im moment aktuell ja es geht noch ein minimaler ladestrom hinein von 0,64 ampere zurzeit das sind 27 26 watt das pendelt hier so ein bisschen hin und her ja warum sollte man diese möglichkeit des satz akkus ins auge fassen ihr seht ja die abmessungen sind deutlich kleiner ich zoome nochmal heraus damit ihr das auch sehen könnt so ihr seht jetzt nochmal den grünen akkublock mit dem blauen und das steuergerät also den step down modul und darüber den originalen schwarzen akku von bosch ja und ich denke es uns schwer zu erkennen dass eben schon eine deutliche volumensgröße beziehungsweise dass dieser grün blaue akkupack schon mal deutlich kleiner ist wenn auch der gewichtsvoll gewinn dass man eben einen leichteren akku pack hat als von dem original akku von bosch der wie gesagt 2,5 kilogramm wiegt zu 2,1 kilogramm von dem ersatz akku pack mit dem step down modul und den kabel ja gut das ist jetzt nicht so viel gewinn aber man sieht ja das hier ist jetzt das ganze stückchen was man an länge beziehungsweise abmessungen schieb das jetzt mal hier hin so dann sieht man das vielleicht noch ein bisschen deutlicher dass das doch eben ein deutlicher gewinn ist zu ja eben zu den abmessungen also ich finde das schon recht handlich dass man eben nicht so viel platz in der radeltasche benötigt wenn man das mitnehmen möchte und zwischendurch unabhängig ja von jeglichen ja fahrradladestationen sein möchte es ist ja auch so es kommt ja auch immer darauf an welche tour macht man also wenn wir zum beispiel durch den arnsberger wald oder die videos die auch bei mir im kanal zu sehen sind zum beispiel die tour an der deutsch niederländischen grenze da bei brücken zum beispiel nimmt ja hier donnert es ein bisschen gerade wie ihr hört oh ja ganz ordentlich ja und wenn man durch so ein gebiet fährt hat man nun mal nicht gerade um die ecke eine steckdose ja oder man muss halt sowieso das ladegerät mitnehmen das wiegt ja auch ein bisschen was werde ich vielleicht gleich noch mal filmen und auf die waage legen ob ich jetzt das ladegerät mitnehme wo ich dann immer unterwegs suchen muss wo ist die nächste auftankmöglichkeit wo ich dann vielleicht in irgendeiner kneipe mal den gastwirt fragen muss oder gaststätte darf ich mal ein bisschen strom haben um meinen akku zu laden ich finde diese bettelei immer ein bisschen blöd gut in der notfrist natürlich der teufel fliegen aber ja ich bin gerne unabhängig vor allen dingen kann ich so auf tagestouren ja auch ganz gut unterwegs mal zwischen laden um mein akku wieder ein bisschen voll zu machen andere überlegungen ist es die ich auch noch im kopf habe dass ich den grünen allerdings dann nur den grünen akkublock direkt an dem an dem original bosch akku anschließen werde das werde ich wahrscheinlich auch noch mal ausprobieren ob ich dieses jahr noch schaffe muss ich mal schauen dazu muss ich mir aber dann allerdings noch einen ausgang stecker für den plus pro legen und da muss ich mal schauen wo ich mir den hinlegen allerdings ist diese kombination dann nicht unbedingt so geeignet um zwischendurch einen leeren akku wieder auf zu tanken das ist dann eher etwas um den akku direkt von anbeginn parallel zu schalten also sprich wenn der bosch akku voll ist und dieser akku voll und ihre maximale ladespannung von circa 42 volt haben dann kann man die ganz gut parallel schalten ohne dass es knallt ohne dass es pufft ohne dass es raucht weil dann die niveaus durchaus ausgeglichen sind also ich kann euch das bestätigen ich habe eine eigene solaranlage gebaut mit acht akkumulatoren von lkw akkus und das ist kein problem man kann das zusammenschalten übrigens kennt man das ja auch wenn man im winter mal jemand starthilfe gibt weil die batterie vielleicht zu alt und nicht mehr die spannung liefert aber das ist ein bisschen eine andere situation mit einem jemandem im winter starthilfe geben mit einer ziemlich leeren batterie deswegen sind die kabel auch ziemlich dick nicht nur deswegen aber auch weil dann sehr hohe sehr hohe ausgleichsströme fließen also es hat nichts natürlich auch mit dem strom zu tun aber die ströme sind in ampere gemessen und dann fließen sehr hohe ampere zahlen noch hinzu kommt natürlich beim startvorgang beim auto im winter wenn man starthilfe gibt dass dann natürlich der starter vom auto auch einen sehr hohen stromverbrauch hat ja das ist jetzt mal ein kleiner ausblick okay ich wollte euch noch den akkuladegerät das akkuladegerät zeigen beziehungsweise auf die waage das akkulade zu tun um mal zu vergleichen also wie gesagt diese dieser dieses paket hier der grüne der blaue und das kleine ladegerät das kleine ladegerät wiegt nur ein paar hundert gramm ähm wiegen zusammen 2,1 hierzu dem original akku von bosch 2,5 kilo und ähm man darf natürlich auch nicht den preis vergessen ich blende euch natürlich dann nochmal anschließend die das schaltschema ein ich mein gut im grunde genommen sieht man es ja schon hier also hier gehen die beiden akkus im ausgang die sind hier in reihe geschaltet deswegen sind hier drei kabel damit ich auf die wie gesagt eigentlich 46,2 volt komme und dann hier im ausgang von dem step down modul allerdings ist hier noch ein kleines modul step down modul eingebaut das eine zusätzliche spannung für den mittleren pol hier gibt das ist dieser mittlere pol sonst würde die würde das eingebaute lademodul oder wie man sagt batterie management system bms das beinhaltet auch eine steuerung dass eben das original netz netz ladegerät von bosch wenn es angeschlossen wird auch weiß das ist ja der hier mit eingebaut ähm in dem gehäuse weiß aha jetzt befinde ich mich im ladezustand und schaltet dann auch hier die ladeanzeige an und die blinkt dann auch würde die jetzt hier auch machen aber wie gesagt leider ist der akku schon voll ich gucke gleich mal vielleicht habe ich noch einen anderen akku wo wir es kurz mal zeigen können so und jetzt wie gesagt wie versprochen nochmal kurz die das original bosch ladegerät auf die waage die waage muss hier erst nullen das hat sie jetzt gemacht jetzt tue ich hier mal das original netz teil drauf ja und ihr seht oben in der anzeige 1,1 kilogramm knapp 1,2 meine ich habe ich vorhin sogar gesehen also daran seht ihr schon ähm also gut meinen akkupack für unterwegs um mal kurz nachladen zu können und um um unabhängig sein zu können von irgendwelchen steckdosen die man dann suchen muss wo kann man laden ähm ist halt ein 1,1 kilogramm unterschied denn ähm ja ein 1 kilogramm sagen wir mal so knapp 1 kilogramm unterschied denn das wiegt wie gesagt 1,1 bis 1,2 kilogramm und mein ersatz akupack so wie ich ihn gebastelt habe wiegt halt äh 2,1 kilogramm also ein kilogramm unterschied ähm gut man darf natürlich nicht vergessen jedes kilogramm auf dem bike was man mitnimmt vor allen dingen auch auf dem e bike ähm kostet natürlich energie entweder muss man die dann mit eigener körper muskelkraft kompensieren oder eben ja mit ähm darin dass man eben die leistung der unterstützung am e bike beziehungsweise pedileg genauer gesagt äh dann entsprechend die unterstützung höher schaltet ähm gut dafür ist man allerdings dann unabhängig wie schon gesagt ähm man kann jederzeit zwischendurch mal laden wenn man irgendwo eine pause macht und sein butterboot ist oder in eine gaststätte geht und was isst oder was trinkt und kann den akku dann mal eben rausnehmen und an diesem ersatz akupack nachladen ja zu den preisen für den original akku weiß ich nicht ob ich schon was gesagt habe also ich habe im netz geguckt zum beispiel meinen akku der hat ungefähr 400 watt am per beziehungsweise 400 watt stunden leistung das entspricht so ungefähr 11 ampere stunden also ihr kennt das ja ne wie man das ausrechnet ampere mal volt ergibt dann die watt zahl in dem fall also 36 watt 36 volt nennspannung mal 11 ampere gibt dann so ungefähr die beziehungsweise ergibt genau die die watt stunden zahlen ja ähm das dazu gut mein akku pack hat jetzt ähm nur ähm ja wie gesagt der grüne akku pack der hat 9 ampere stunden bei 36 volt nennspannung und der kleine blaue den musste ich ja noch mal hinzukaufen um eine höhere eingangsspannung zu erzielen der hat dann zehn ampere stunden auch bei ähm entsprechend 4,2 volt das zusammen ergibt dann die 46,2 volt und man kann dann sagen zusammen hat dieser ersatz akku pack wie ich ihn dann unterwegs mitnehmen könnte eine gesamt leistung von ja sagen wir mal zwischen 9 und 10 ampere stunden und kann dann wie gesagt den ersatz wird den original akku laden ich habe es also wie gesagt schon bereits ausprobiert das klappt sehr gut und das der vorteil ist ich kann halt sogar wie gesagt die die lade den ladestrom sprich in ampere zahl also das ist übrigens der ähm apropos ampere zahl der bosch ähm original netz ladegerät und das liefert ähm laut hersteller ähm beim normalen laden 2 ampere und 4 ampere im turbo modus also irgendwo zwischen 2 und 4 ampere ähm werde ich mein step down modul dann auch einstellen habt ihr ja gesehen am anfang ich habe es auf 3,3 volt eingestellt ja ok ich werde natürlich noch ein paar ähm bilder ähm einblenden von den komponenten wo die her sind was die kosten wie gesagt ein original akku kostet ungefähr 400 ähm euro wie ich ihn habe von bosch gut man kann natürlich den akkupack wieder nachbestücken lassen dann ist es deutlich preiswerter ähm diesen akkupack wie ich ihn da habe mit den komponenten diesen grünen und den blauen ähm die preise werde ich euch dann einblenden könnt ihr dann alles äh sehen wo es die gibt und wie viel die kosten ähm ich denke natürlich gut bis auf das step down modul und das kleine modul um die spannung ähm entsprechend einzuregeln ähm ja ist eine einmalige anschaffung und so ein ersatz akku der kostet der große grüne 120 euro und der kleine ich weiß nicht mehr genau 10 oder 12 euro also rauen gebaut 150 euro für alles zusammen circa 150 160 euro müsste ich dann auch nachher nochmal am pc genau nachrechnen wie gesagt werde euch die komponenten einblenden ja ich hoffe das video hat euch gefallen natürlich werdet ihr euch fragen wie lade ich den akku nach ähm da bin ich noch ein bisschen dran zurzeit lade ich die 46,2 volt ladeschlussspannung über ein sogenanntes labornetzgerät das hat maximal 60 volt und ich kann da jede spannung einstellen in dem fall die benötigten 46,2 volt die stelle ich ein dann schließe ich ihn an dann mache ich ihn voll ähm ich will mir allerdings dann noch was basteln dass ich das ähm den akku den ersatz akku dann hier auch anschließen kann hier an dem bosch original ladegerät ok werdet euch jetzt natürlich fragen wie kommt der dann auf die 46,2 volt weil das bosch original ladegerät liefert ja nur maximal 42 volt und dafür werde ich dann ein step up modul benutzen das heißt das ist auch so ein kleines kästchen das dann aus 42 volt 46,2 volt macht aber das muss ich noch testen und ausprobieren und darüber gibt es dann auch wieder ein video so ich sage dann schon mal tschüss und wie gesagt die komponenten werde ich entweder am schluss hier einblenden und mit den preisen und wo die her sind und ja ich hoffe das video hat euch gefallen wenn es euch gefallen hat und ihr noch kein abo hat lasst bitte eins da und oder auch einen daumen hoch oder beides danke euch fürs zuschauen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal